Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Donnerstag, dem 27. Oktober 2022. Ihr Rütti Geek Talk Daily 1264, heute mit den folgenden Themen. Rode, Nintendo, Samsung Roadmap, Apple Watch und Microsoft. Und ich gratuliere meiner zweiten Tochter, die darf heute ihren Geburtstag feiern. Zuallererst kommen wir zum Kopfhörer, hätte ich fast gesagt, Mikrofonhersteller Rode. So viel es mir ist aus Australien, dachte ich zumindest irgendwie aus Down Under, die haben neue Mikrofone vorgestellt. Eher weniger für Podcaster, vielleicht aber auch für Podcaster, aber vor allem für Streamer und Gamer. Über die Unify Software Lösung, eine virtuelle Mixing-Lösung, hat man neue Mikrofons erstellt, die Mischen und Routing vereinfachen. Bis zu vier USB-Mikrofone sollen dabei direkt angeschlossen werden können und unterschiedlich angesteuert werden. Das Rode X, XTM 100 und das XCM 50, Namen, die die Welt nicht braucht, aber sie sind nun mal da. Ich bin mal gespannt, wie die klingen. Dann hat Apple in Macos Mojave, nee, Ventura und in iPadOS 16 neue Möglichkeiten geboten, und zwar für Nintendo-Nutzende, die ältere Controller nutzen. Nicht diese von der Switch, die man schon länger mit den Geräten koppeln kann. Nee, SNES, N64 und so weiter kann man jetzt auch verbinden. Ob mit Kabel oder Bluetooth, ist eigentlich egal. Es funktioniert. Finde ich toll. Ist praktisch für Menschen, die gamen und sich an Konsolen, Dingsbummens, wie sagt man, so ein Bedienelement gewöhnt haben. Natürlich sehr, sehr praktisch. Microsoft oder nee, wie heissen sie? Samsung, es tut mir leid, heute ist ein wirder Tag. Genau, Samsung hat seine Android 13 Roadmap vorgestellt. Bei ihnen kommt Android 13 mit dem eigenen Aufsatz der One UI, und zwar der One UI 5 daher. Was kann die? Das werde ich euch vielleicht mal bald in einem Video zeigen können. Ich muss nachher gleich mal schauen, ob Samsung den Plan einhält und auch mein Telefon das Update schon bekommt. Denn die ersten sind schon in diesem Monat dran. Aber der Monat dauert ja noch ein paar Tage. Somit könnte es sein, dass es noch ein bisschen Zeit ist. Nein, es ist auf dem neuesten Stand und noch nicht das Neueste. Genau, was wird kommen? Ab Oktober Galaxy S22 Serie, dann ab November ist die Z Fold 4 III und die S21 Serie, bloß die 20er Serie und so weiter und so fort. Das geht sehr, sehr schnell. Bis und mit im Februar sind so relativ viele der Samsung-Geräte mit durch. Da brauchen andere Hersteller deutlich länger. Somit wieder mal ein grosses Lob an Samsung. Und ich bin gespannt, was die Samsung One UI 5 so alles bringen wird und sie uns geben wird. Weiter geht es mit der Apple Watch und dem internationalen Rooming. Das lässt sich jetzt mit der neuesten Version, WatchOS 9.1, welch am Montag herausgefallen ist, aktivieren. Ihr findet das in den Einstellungen unter Mobilfunk. Da könnt ihr Datenrooming aktivieren. Ganz wichtiger Hinweis, das müsst ihr separat auf der Uhr aktivieren und auf dem Telefon. Das heisst, wenn ihr es auf dem Telefon aktiviert, wird es nicht automatisch für die Uhr auch gemacht. Das ist natürlich praktisch. Wenn man es weiss, dann hat man beides aktiv und oder eben nicht. Je nachdem, wie man es dann haben möchte. Laut MacRumors soll Apple daran sein, die iCloud-Webseite zu überarbeiten. Bis jetzt hat man eine weisse Seite mit einfach den App-Icons, die man dann auswählen kann. Mail-Kontakte, Kalenderfotos und so weiter und so fort. Das soll einem kachelähnlichen Design wechseln, die man selber noch vergrössern kann. Man kann das Drive grösser ziehen als die Mail oder umgekehrt und die Fotos noch grösser oder eben auch umgekehrt. Ich bin mal gespannt, ob das so kommen wird und vor allem wann. Und zu guter Letzt gibt es einen neuen Microsoft Mini-Klon auf ARM-Basis, der gefühlt ausschaut wie ein Emmentaler, weil der hat ganz viele Löcher. Im Gegensatz zum Klon oder dem Nicht-Klon, dem Original, dem Mac Mini, der ja nicht ganz so viele Anschlüsse hat, hat hier dieser einige. Nämlich dreimal USB-A, zweimal USB-C. Dann ist da noch ein Ethernet und irgendein Bildschirmausgang wahrscheinlich noch. Also einiges an Anschlüssen beim System oder beim Prozessor ist nicht ein Microsoft-Eigener. Man bedient sich hier bei einem Snapdragon 8CX Generation 3. Der hat gleich viele Kerne wie der Apple M1, also das ältere Modell, aber ist nicht so leistungsstark und vor allem nicht so stromsparsam. Man hat auch beim Speicher einfach mal so 32 GB RAM reingepflastert und 512 GB SSD. Spielt aber grundsätzlich auch nicht so unbedingt eine Rolle. WiFi 6 und 5.1 bei Bluetooth ist natürlich auch da, denn das Gerät geht nicht an Nutzende da draussen, die auf sexy Geräte stehen. Nein, das geht an Entwickler. Die sollen nämlich hier endlich mal in die Pusche kommen und ihre Apps für Windows on ARM bereit machen. Hoffen wir, dass das hilft. Um die 700 Währungseinheiten kostet so ein Teil, dass man sich dann sichern kann. Ja, das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Bis zu der nächsten Episode. Euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.